Hi, hier ist Helge aus Frankfurt, Germany. Supertramp, wer hätte das gedacht? Diese Nummer stammt aus 1988. Cannonball, sehr funky. Supertramp hatte damals zwei hauptamtliche Keyboarder on stage. Drei Bläser, von denen einige auch in die Tasten gegriffen haben. Eins, zwei. Okay, ich versuche das mal, indem ich hier zweieinhalb Millionen Sounds gefühlt in Reihe geschaltet habe. Die Bläser, die haben wir schon gehört. Ich kann die Sounds zum Teil mit dem zweiten Systempedal stehen lassen. Das ist wichtig hier zum Beispiel. Dann habe ich nämlich die Hand wieder frei, um das Echo zu spielen oder die Streicherfläche im Hintergrund. Gut, dann haben wir noch alle möglichen perkussiven Instrumente. Diese Nummer hier. Und für die Intro. Gut, dann schauen wir mal, ob man da einigermaßen unverletzt durchkommt. Supertramp, Cannonball, ja. All right. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020